Es ist schon über 6 Monate her, dass ich die Apple Watch bekommen habe. Ein entsprechendes Unboxing gab es ja auch hier auf dem Kanal. Da es fast schon eine kleine Tradition ist, nach ein paar Monaten mal über die Gebrauchsspuren bzw. die Empfindlichkeit dieser Tech-Gadgets zu reden, schauen wir uns heute den Zustand meiner Apple Watch Sport in der Farbe Space Grau nach über 6 Monaten täglicher Nutzung an. Viel Spaß! Wenn man die Uhr jeden Tag um hat, in meinem Fall mindestens 10-12 Stunden, eckt man natürlich hier und da mal an, kommt mit dem Display vielleicht irgendwo gegen, was auch immer. Ich hatte damit gerechnet, dass die Apple Watch nach einigen Monaten auf jeden Fall gewisse Gebrauchsspuren aufweisen wird, genauso ist es ja zum Beispiel auch bei jedem Smartphone. Als ich mir dann vor ein paar Tagen mal ganz genau meine Watch angeguckt habe, wegen dieses Videos, war ich echt überrascht und zwar extrem positiv. Dass es keine schlimmen Schramm oder Kratzer gibt, wusste ich zwar, aber dass sowohl das Gehäuse als auch das Display absolut makellos sind und das auch, wenn man die Uhr gegen das Licht hält etc., hätte ich wirklich so nicht erwartet. Ich kann tatsächlich sagen, dass eine nagelneue Apple Watch nicht besser aussehen könnte als meine 6 Monate alte Uhr. Die Taste sowie die Krone lassen sich natürlich nach wie vor bestens bedienen und dieses Problem, was manche Leute wohl scheinbar hatten, dass die Krone teilweise klemmt und sich nicht richtig drehen lässt, ist bei mir bisher nie aufgetreten. Meine Apple Watch Sport kam standardmäßig mit dem schwarzen Silikonarmband, was ich allerdings gegen ein Gliederarmband eines Drittanbieters ausgewechselt habe. Für ein Silikonarmband fühlte sich das Teil schon echt gut an, aber zum einen sieht es nicht so super hochwertig aus und zum anderen hatte ich nach ca. einem Monat Nutzung schon abgenutzte Stellen, also dort, wo man eben oft drankommt, z.B. am Verschluss. Das Silikon verlor dann diesen eigentlich matten Look und fingen partiell an zu glänzen, echt nicht so schön. Zu dem Gliederarmband von Hoko habe ich auch ein Video gemacht, ebenfalls unten in der Beschreibung zu finden, damit bin ich immer noch sehr zufrieden. Jetzt seid ihr mal wieder gefragt, denn mich interessiert natürlich, wenn ihr eine Apple Watch besitzt, wie diese vom Zustand her ist und wie lange ihr sie schon im Einsatz habt. Schreibt mir das also unbedingt mal in die Kommentare. Wenn ihr ein Gesamtfazit zur Apple Watch haben möchtet, schaut mal bei meinem Kollegen Jorma bzw. iPhone Major vorbei, der hat dazu gerade ein Video herausgebracht. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut Leute, ciao!